Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren neuen Folge Schlacht um Mittelerde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen die gute Kampagne, die, äh, die gute, die böse Kampagne. Die gute Kampagne findet ihr, was? So. Kampagne laden. Böse Kampagne. Die gute Kampagne von Kurga, vom Gegenpart, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, wir hatten die letzte Folge Helms Klamm erobert. Die Armee Isengards hat Rohan zerschmettert. Vereint mit den Truppen Mordaurs wird sie täglich stärker. Doch Saurons Streitmacht muss weiter wachsen. Naharat. Gucken, was wir da machen müssen. Naharat. Ein heißes und exotisches Land. Das Reich der Haradrim. Treue Gefolgsleute, Saurons. Cool. Easy. Ah. Ich hab noch gar nicht zu saufen. Die Haradrim haben in der Gegend viele Lager. Ihre Loyalität ist käuflich, wenn der Preis stimmt. Wir können sie aber auch mit Gewalt gefügig machen. Errichtet ein Lager und vergrößert unsere Schar. Okay. Verschont niemand. Borgenschützen hierher. Machen wir natürlich. Jetzt kommt erst mal die Katze ins Bild. Bimi. Bissen. Hm? Was ist los? Wir müssen doch hier gewinnen. Achtung, Bogenschützen. Halt's Mauer. Heile bereit machen. Ist das mein Schoß? Oder was ist los? Hm? Was ist denn? So. Hier unten ist erst mal... ... ... ... ... ... ... Wir errichten hier erst mal ein... ... ... ... ... ... ... ... Und dann müssen wir nämlich jetzt hier... Oh. Was ist denn hier los? Wir liegen Schätze rum. Wir liegen Schätze rum. Wir könnten aber auch... ... 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 Wir kriegen für jeden getöteten Bauern hier Geld oder was? Ah, hier unten können wir uns ein Lager errichten. Ich höre schon... ... ... ... ... ... ... ... ... ... richten. Hier können wir uns ein Lager errichten. Wir haben 9.000. Hier unten kommen schon die ersten oder was? Wir bauen uns jetzt hier erstmal ein Lager hin. So, sehr schön. 10.000 kostet so ein Tributkant, das ist aber nicht viel. Wir schneiden jetzt hier erstmal ein Trollkäwig, Belagerungswerk. Wir bauen hier noch ein Trollkäwig. Dann bauen wir hier nur noch Nahrungsmittel. Hier, die stehen hier rum, oder was? Das ist ja scheiße, man. Okay. Gut, wir haben 151 von 550 Truppen. Wir werden mal hier ein paar Türme errichten. Und dann werde ich mich... mit meiner Armee, denke ich mal, hierhin zurückziehen. Der Feind! Ah! Spannt eure Bögen! Durch die Tür! Spannt eure Bögen! So, jetzt... Gleich Wurden, Schäuze! Attacke! Worauf wartet ihr noch? Aber ansonsten... Wir haben nämlich hier gleich... Das Schöne ist halt eben, wir kriegen für jeden getöteten Gegnerressourcen. Das ist halt schön. Wir können uns hier eigentlich wieder zurückziehen, weil wir haben ja jetzt hier die Pfeiler. Wir gehen mal hier hoch. Wir holen uns für die Dings. Also für 10.000 können wir uns so ein Tributkarren kaufen. Da haben wir drei Dörfer, die wir erobern müssen. Das heißt, wir brauchen 30.000 Ressourcen. Okay. Worauf wartet ihr noch? Wir gehen mal hier ein bisschen scouten, ob wir hier noch irgendwo... Aber wir gehen mal hier rüber. Was sagen wir dafür Bonus-Ziele? Rekrutiere die Aradrin mit. Okay. Das ist anscheinend alles. Hier, wir kriegen hier immer schön... Wenn die dauerhaft angreifen, kriegen wir hier immer schön... Ressourcen. Dann werden wir hier mal ein paar Trolle bauen. Drei Stück. Hier gibt's... Wieder... Kleines Lager. Da ist der Feind. Was soll wir tun? Wo ist der Feind? Das ist der Feind? Na dann los. Alter. Das ist natürlich nice, ne? Das gibt halt auch übel Kohle, ey. Borgenschützen hierher! War noch Kohle? Geht's aber noch weiter. Loll, alter! Guckt euch das an! Was? Also den ersten können wir schon bauen. Lasst uns ein Geschenk in eins der Lager bringen, um uns ihre Treue zu erkaufen! Ich denke, ich mach das, ähm... Ich denke, ich mach das, ähm... Zeit gleich. Vorwärts, ihr lahmen Schnecken! Spannt eure Bilden! Spannt eure Bilden! Spannt eure Bilden! Spannt eure Bilden! Ich muss uns mal da lassen! Achtung, Bogenschütze! Weil wir nehmen ja alle... Nehmen ja alle, äh... Einheiten mit! Deshalb will ich die eigentlich hier schon friedlich. Ich mein, wir sind zwar Mordor, wir sind eigentlich böse. Wir müssten ja nicht umbringen alle. Aber, in weiser Voraussicht, dass du ja... Alles, was du... Alles, was hier überlebt, nimmst du ja mit in die nächste Runde. So, und wenn du dann natürlich 10.000 Olifanten mit in die nächste Runde nimmst, so was weiß ich nicht alles. Ich mein, kann ja nur gut sein, ne? Und dann können wir nämlich die zwei Ambrus-Bataillone hier... Da auch noch mit dazu hauen. Hier unten kommen dann schon die ersten Feinde wahrscheinlich. Jetzt könnten wir hier schon den nächsten... Das nächste Lager bauen, aber wir... Also das... Wir könnten jetzt den nächsten Karren bauen, aber ich baue jetzt hier noch ein Lager hin, um schneller an Ressourcen zu kommen. Dann baue ich hier drüben auch noch ein Lager hin, um schneller an Ressourcen zu kommen. Sehr schön. Beides Stück. Wir gehen nämlich jetzt hier mal hin und nehmen uns hier einen Baum und dann gucke ich mal, ob wir... Ob wir die nämlich hier leveln können. Das wäre nämlich mega nice. So, jetzt sucht euch mal alle ein Bäumchen. Hier bauen wir ein neues Lager hin. Bleib wachsam! Achtung Bogenschützen! Pfeile bereit machen! Und hier kommen Schlachthäuser rein. Schlachthäuser und Türme. Zur Verteidigung. Ah! Eine neue Horde Orks! Ihr wimmelt es von Feinden! Los! Auf geht's! Eigentlich will ich die nur leveln. Ich wollte einen Lager hin. Wir brauchen einen Schatten! Ach, ihr macht Monarchs! Oh, der hat sich. Oh, der Horde. weg hier du auch weil ich ein bisschen rennen oder verreckt noch einen neuen machen sehr schön hier haben wir jetzt erstmal noch ein lager das heißt wenn jetzt hier noch ein tribut posten bauen ach das geht nicht ich kann immer nur einbauen oder was durch die tür gut dann nehmen wir zuerst hier unten versuche ich jetzt noch den den dings einzunehmen das ding hier hoffe die greifen den karen nicht an aha jetzt stellen sie das feuer ein und braucht die hilfe dieser wüsten krieger sie werden seinem ruf folgen oder sterben schwörst du sauren fort an treu ich bringe euch ein ganz alt eine neue haupte gehen wir zur mittleren die sind jetzt alle uns das ist halt das die sind jetzt alle uns hier die typen das ist halt übel krass erobert die restlichen waffen bereit machen eine neue neue feuerfall upgrade spawnen ist das ein nebenquest oder was der dunkle herrscher braucht die armee der haradrim wo sind wir denn hier schwörst du sehr schön 1,2,3 jetzt schon 800 was lol alter es werden immer mehr hier also es ist halt schon geil ne die hier gehören auch noch mir alter die armee die armee die wir haben werden die feuerpeile sind fertig oh jawoll jetzt werden wir hier noch erstmal die truppe mir ein bisschen aufleveln ich trage das rote auge nicht das bei denen hier unten auch machen ich trage das rote auge sie greifen uns an aufwachen meine krieger die leute hier ich trage das rote auge das können wir eigentlich alles abreißen wir können hier Produktionsgebäude hinbauen ich trage das rote auge die brauchen wir ja wir brauchen 10.000 gold äh file upgrades spawnen hab ich da jetzt hier schon brauch ich da hier nicht mehr abriss ich trage das rote auge z sehr schön und dann wird das ganze hier auch noch ausgebaut für ressourcen nice das läuft wenn ich mir hier die leute angucke die hier stehen ich meine wir haben jetzt 828 728 truppen wir haben hier das ist halt scheiße ich muss mit meinen leuten hier aufpassen sonst sind die weg erpisst euch mann folgt mir folgt mir ich sage das rote auge oh gott triger der heradrim geht jetzt seid bereit hinder sehr schön wir könnten sie von mir aus die ressourcen die können sie von mir aus angreifen was können sie ja machen das können sie ja machen und wir fanden die kriegen ganz gut aufs maul bereit machen ich habe schon ja freunde dann schließen wir mal hier die quest ab würde ich sagen ich bring euch euren salt und holen uns auch noch die letzten truppen ich meine guckt euch das an hier alleine schon die leute hier und die hier kriege ich auch alle noch rein schweißt du deinen könig zu verlassen und sauron treu zu dienen 1132 leute nochmal vier olifanten dazu gg wir vernichten alle feinde saurons von diesen tage an kämpfen wir für saurons ratrim sind eh viel geiler wie die orcs veteran helden gab es keine bundesziele gab es keine veteran einheiten aufgestiegene einheiten 31 95.000 punkte 96.000 punkte gut freunde dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin bleibt gesund tschüss euer himmann tschüss